ja herzlich willkommen zu meinem neuesten video und heute ist es eine trailer reaction die ich eigentlich gerade auch live auf twitch streame wenn ihr mal vorbeischauen wollt link ist unten in der beschreibung und ja heute geht es um den neuesten trailer zu fast and furious 9 oder furios ich hab schon mal was vorbereitet wo ist denn hier der bildschirm da zack da ist der bildschirm und meine kamera ist komplett im arsch nochmal hier das weg damit man nur mein bild hat hier und ja dann schauen wir uns einfach mal das ganze hier an ja ich bin mal gespannt immer gespannt was auf mich wartet wie verrückt noch mehr die reihe wird so haben wir mal ich habe mein leben immer in viertelmeilen abschnitten gelebt aber dinge ändern sich ich bin jetzt vater er stimmt hat ja ich werde immer im herzen sein seit dem letzten teil ich habe ein geschenk für dich das habe ich von deinem daddy und jetzt schenke ich es dir das ist was ganz besonderes es beschützt dich vor all dem was da kommt also gut dann was kommt als nächstes das möchte ich auch gerne wissen egal wie schnell man ist die vergangenheit ist schneller okay john cena der typ ist also ein meister dieb auftragskiller hochleistungsfahrer wer ist das okay jacob ist das bruder okay sondern bruder dann hast du dich angestrengt um schneller zu sein als da cleverer als doch stärker als doch aber könntest du ihn auch töten und ist schon nicht so was hat jetzt für ein pilzverschnitt denn ich bin bereit wenn du es bist es gibt nichts mächtigeres als die liebe der familie doch wenn daraus wut wird dann gibt es nichts gefährlicheres vielleicht ist das wirklich das ende aber wir sterben sie sind john cena komisch aus mit der frisur machen wir uns an die arbeit sagt mir nicht dass das ein pontiac fiero ist der an raketentriebwerk geschnallt ist beeindruckend ich weiß nein nein das ist nicht beeindruckend ok okay um nicht zu vernichten kleiner bruder da liegt ein fehler das ist meine welt krass die am flugzeug mit magnet festhalten sagt mir dass du nicht das denkst was ich denke dass du denkst da ist keine brücke echt jetzt okay hey leute überraschung schickes clubhouse ah der lebt ok gut was lernen wir eigentlich daraus bei fast and furious je mehr teile desto verrückter wird es irgendwie ok ja ich will wahrscheinlich eh wahrscheinlich ins kino gehen zu dem teil ähm und wir vielleicht mal überraschen lassen aber wie lange ging jetzt der trailer wie lange ging das jetzt er geht fast vier minuten ok 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 ne ähm keine ahnung was ich vom trailer jetzt halten soll sieht nach halt einfach hier ein ausschalten und spaß an ne nun gut ähm das war es jedenfalls für das youtube video ich hoffe es hat euch gefallen die reaction äh und ja schaut einfach vorbei wenn ich auch live stream hier auf twitch und bis zum nächsten mal leute 1 3 1